So, hallo! Ihr habt hier wieder ein Türchen geöffnet. Hinter dem heutigen Türchen verbirgt sich ein Bodyworkout mit einem Kissen. Also ich habe hier ein verpacktes Pad als Kissen genommen, aber ihr dürft gerne, wenn ihr ein Pad habt, das Pad nehmen oder irgendein Sofa-Kissen oder Polster. Irgendwas, wo ihr schon drauf rumtrampeln könnt und wo es ein bisschen instabil ist, weil das ist ganz wichtig für die heutigen Übungen. Man hat viel Gleichgewicht-Übungen und ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß und dann legen wir auch schon los. Wir begrüßen erst einmal unser Pad oder unsere Kissen und dann können wir auch schon draufgehen auf unsere Kissen und spürt mal, wie uneben das ist. Von der Ferse auf die Fußballe und dann einfach ganz locker. Nehmen wir die Arme hoch und aus. Und ein. Und aus. Und ein. Und aus. Und ein. Aus. Und let's just smile bei der Arme. Und wir greifen beide Schütteln zurück. Ganz schöne weiche Knie. Und die Schütteln wechseln rechts. Und noch. Und noch zwei. Und im Wechsel. Und an die Ferse löse. Rechts und links. Richtig schön mit dem Fußball in das Kissen rein. Schön mit dem Fußball. Und dann nehmen wir nochmal die Arme hoch. Und atmen. Und ein. Und aus. Noch zwei. Und die Knie vielleicht noch ein bisschen mehr Beuge. Und wenn man die Schütteln wechseln. Und wenn man die Schütteln wechseln. Und wenn man die Schütteln wechseln. Und rechte Ferse. Bisschen Tempo. Schön und bauern. Und immer überziehen. Bisschen. 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 Zwei. Bisschen. Zwei. Bisschen. Bisschen tiefer. In die Kalamanda. Dass die Oberschenkel ein bisschen warm wird. Andi. So, Arme hoch und tief. Und noch mal hoch. Und letzte Mal hoch. Okay, und schüttelt euch. Okay, wir gehen schon ins Gleichgewicht. Und zwar belastet unser linker Fuß. Den rechten Fuß einfach mal locker zu schütteln. Und die andere Seite. Und dann gehen wir wieder auf. Das linke Bein. Und den rechten Fuß drücken wir gegen das Kissen. Das sind schon abgesetzt am Bede. Einfach schön drückaufbauen. Gegen das Kissen. Und wir nehmen das Bein. Wackele ich gut. Gut. Wackele ich noch. Lass nicht umfallen. Und letztliche Beine. Wir kommen mit dem linken Fuß. Feste gegen das Kissen. Wir lassen richtig schön die Gegenpresse. Spür, dass ihr Bauch einsperrt. Und lasst das Bein fliege. Und das Knie vom Standbein. Gibt schön geballt. Und wir schwingen vor zurück. Und der rechte Arm geht vor, links zurück. Ganz locker die Arme. Und das rechte Bein löse. Und durch das Padträger. Arme, der Füße ist in der Luft. Er drückt nur, wie geht das Pad. Spür die Spannung im Bauch. Standbein ist gebeugt. Und drückt und löse. Standbein ist gebeugt. Ich denke, wenn wir die Arme so ein bisschen ausgleichen. Und andere Seite. Linkes Bein. Verstückiges Padträger. Oder Kissen. Oder Polster. Oder seine gelegte Matte. Oder was ich finde, kundig. Irgendwas Instabiles. Und löse. Und löse. Und löse. Und löse. Und löse. Und löse. Und wir schwingen wieder vor, zurück. Ganz locker. Lass die Arme führen. Und rück rechts und links. Und rechte Füße. Jetzt geht der Spann gegen das Kissen. Die Spitz ist nicht abgesetzt. Und löse. Und rückerhöhlen. Und leise. Und rückerhöhlen. Und rückerhöhlen. Und rückerhöhlen. Und rückerhöhlen. So. Und rückerhöhlen. Genau. Genießt. Das Bein in der Luft. Und dann steigen wir das Bein hinter ab. Ich drehe mich mal zu euch. Seitlich. Wir haben einen schönen großen Ausfallschritt. Hinbüche die Ferse abgehoben. vorne ist das Bein gefolgt jetzt machen wir nur das Knie schön nach unten und so haben wir gehen tief, ganz gerade schaut, dass ihr in Not arbeitet, ganz gerade nicht das Gewicht nach vorne und nach hinten sondern schön gerade und dann sucht euch eine Position und ihr sagt, da kann ich jetzt gut ein bisschen bleiben, Arme gehen nach vorne und der andere Arm geht zur Seite wir klappet ein und auf klappet ein und schiebt wieder vor und nochmal öffnen beide Arme zübt weit auseinander Schilder ist tief und klappet ein klappet auf, klappet ein und schiebt vor wir gehen auf das vordere Bein und wir sehen das Bein langsam und nehmen wir die Arme vor und dann macht so kleine Hauptbewegungen versuch das Bein hinter oben zu lassen das ist so eine verkappte Stömblage muss nicht schön sein Hauptsache ihr seid aus dem Gleichgewicht dann nehmen wir das Knie nach vorne Knie vor und rück so und rück so und rück und rück und rück und rück und rück und dann halt das Knie oben und kurze Entspannung und rühlt euch kurz aus auf dem Bein uh 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 nenn umfallen umfallen und Beinwechsel und jetzt reden wir wieder erst mal die Position aufbauen nimm durch die Ferse oben Und wir gehen tief und hoch und tief und hoch und tief. Noch viermal. Und ausatmen. Und dann bleib wieder ein bequemer Stand. Nehmt die Arme vor, Schulter schön tief. Der vordere Arm geht hoch. Wir klapfen ein. Und auf und ein und vor. Und eröffnen. Zieht die Arme weit auseinander. Und wir klapfen. Ein, zurück und ein, schieb vor. Wir gehen wieder auf das Bein. Ja. Versucht hier zu schweben. Und wir machen auch hier wieder die Hackbewegungen. Und die Arme. Wenn es wackelt, ist es ganz egal. Komm schon. Ich auch. Knie hoch. Und hoch. Und hoch. Und rück. Und rück. Und noch das Knie oben. Ups. Ups. Macht es besser als ich. Und kurz aus. Rühe auf die Oberschenkel. Upsala. Ihr seid ja noch oben. Und wir rüsen das Ganze auf. Okay. Ich drehe mich wieder zu euch. Mit der Hände auf die Oberschenkel. Luftbreitestand. Nicht mehr und mehr zurück. Und rund hoch. Rad tief. Komm mal zurück. Und rund hoch. Und mehr und mehr zurück. Rund tief. Nehmt die Hände ans Kissen. Und baut mal so ein bisschen Druck auf. Drückt mir die Hände gegen das Kissen. Oder das Pad, wenn ihr eins habt. Und lösen. Und wieder Druck aufbauen. Und lösen. Und wir rüllen rund hoch. Schulter kreis zurück. Und wir gehen vom Kissen runter. Hände wieder auf die Oberschenkel. Schieben die Pumpe wieder weit zurück. Fußspitz ist gerade so belastet. Lange Rüge. Und wir machen wieder rund. Buckel. Und früß. Buckel. Und lösen. Und noch mal abbucken. Und lösen. Wir schnauern uns das Pad. Ich ziehe das Pad. Mit der Verkleidung. Das ist ein bisschen schwer. Kommen rund hoch. Gehen wir das Pad wieder hoch. Wir gehen nur in den Hüftbreitestand. Wir schnauern uns das Pad zu ziemlich gemittelt. Und ziehen wir einfach mal hoch. Und ausatmen. Und jetzt versteckt euch mal in der Bett. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und weh bis zur Schulter. Und dann halten wir das Pad hier. Schau, dass die Schulter schön tief ist. Der rechte Arm geht raus und rein. Raus und links. Raus und rein. Und mal rechts. Schöne lange Arme. Nicht durchgestreckt, aber lang. Lang. Wie wenn euch jemand an der Hand zieht. Lang. Einen Schritt mehr. Wir gehen raus. Rein. Wisch. Runde. Und hoch. Nochmal. Raus. Und rein. Wisch. Runde. Und hoch. Raus. Und rein. Und wisch. Wie wenn ihr das Pad abstaben wolltet. Oder Kissen. Ein bisschen ausklopfen. Ihr könnt auch ausklopfen. Und nochmal rechts. Und wisch. Nochmal rechts. Und wisch. Letztes Mal links. Und wisch. Und der letzte. Okay. Kurzes Pad lösen. Und kreist mal die Schultern zurück. Lockert euch ein bisschen aus. Oder schüttelt euch. Nachdem es euch gerade ist. Ihr könnt aber Hülle wackeln. Kommt immer gut. Okay. Dann wird das Pad zwischen die Beine. Gehen wir wieder ins Gleichgewicht. Wir verlagen das Gewicht. Auf den linken Fuß. Und den rechten Klappen einfach nach oben. Bauch schön nach innen. Spannend. Schambein Richtung Bauchnabel ziehe. Und die Arme gehen zur Seite. Und jetzt versuche ich euch hier mal aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und jetzt machen wir die Arme. Und jetzt machen wir die Arme. Und jetzt machen wir die Handgelänge. Nein. Die ganze Arme. Das wäre ja einfach. Die ganze Arme. Immer versuche ich euch aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und da gehe ich ankämpfe. Dass ihr nicht umfallt. Und so ruhig kommen. Okay. Wir nehmen gleich das andere Bein hoch. Und jetzt machen wir die Arme mal nach vorne. Daumen zeigt nach oben. Hackbewegung hat er mir vorher schon. Die machen wir gleich nochmal. Und hacken. Und schön weiter atmen. Und langsam los. Und nehmen wir das Pep kurz raus. Wir schieben das nochmal nach oben. Das Kissen. Mach den nochmal ganz lang. Und nimm sehr tief. Eine Runde machen wir mit dem Gleichgewicht. Okay. Dann lösen wir unser rechtes Bein. Jetzt mal nehmen wir jetzt den Fuß an das Kisse. Oder an das Pad. Versucht euch den Fuß dagegen zu drücken. Arme zur Seite. Dann gehen die Arme nach innen. Und raus. Nach innen. Und raus. Und rein. Und raus. Und raus. Und haltet kurz. Und löset. Andere Seite. Linker Fuß. Schön gegen das Paddrücker. Jetzt zeigt der Darme nach oben. Und der Darme geht zur Schulter. Aus. Zur Schulter. Schön den Bauch nach oben ziehen. Wenn der Punkt fixiert ist, ist es noch ein bisschen einfacher. Und lösen. Und lösen. Und lösen. So. Wir legen das Pad jetzt wieder an den Boden. Und zwar gehen wir jetzt in den Kniestand. Und die Knie auf dem Padmittel. Es passt ungefähr eine Faust zwischen eure Beine. Und dann haben wir auch die Hüftbeuger. Dann drückt man mit eurem Hüftbeuger gegen eure Hand. Und lösen. Und drückt gegen die Hand. Und lösen. Ich gehe mal zur Seite. Drück vor. Und lösen. Drück vor. Versuch das Drücke weniger mit dem Po zu machen. Mehr mit Schambein Richtung Bauchnabel ziehen. Der Po arbeitet automatisch mit. Da müssen wir uns nicht extra entspannen. Da gibt es andere Übungen dafür. Noch zwei. Und der letzte. Okay. Machen wir eine kleine Kombination. Die Arme gehen zur Seite. Die Arme gehen nach innen. Nach unter. Nach außen ziehen. Und hoch. Und wieder zur Seite. Nach innen. Nach unter. Jetzt richtig schön. Die Hände nach außen ziehen. Alle Bogen bleibt an der Taille. Wir ziehen hoch. Und öffnen. Wir machen das Gleiche mit der Beugebewegung nach vorne. Wir gehen nach vorne. Arme gehen rein. Und aufrichten. Und ziehen raus. Und hoch. Und wir gehen nochmal vor. Richtig schön. Oberkabel nach vorne. Nichts. Ich komme nach hinten. Das sind Oberkabel vor. Die Arme gehen nach innen. Und aufrichten. Und ziehen raus. Und hoch. Die Träume wieder zu euch. Nochmal. Vor. Nach innen. Und tief. Schieben raus. Schieben raus. Und hoch. Letztes Mal. Und beugt euch vor. Klapp ein. Nach unten aufrichten. Und schiebt den Daumen nach außen. Richtig schön Kraftaufbau. Und hoch. Und lösen. Okay. Wir stellen kurz unser rechtes Bein zur Seite. Das linke bleibt auf dem Pad. Ihr dürft hier mit der Handinnerfläche an das Bein greifen. Dass das schön hier außen bleibt. Und wir schwingen. Vor. Und auf. Und vor. Und auf. Und geht immer mehr in die Länge. In die Länge. Und vor. Lang. Und vor. Und lang. Letztes Mal. Und bleibt hier in der Länge. Schön lang. Zieht ihr Fuß. Zieht weg. Bein ist gestreckt. Arm ist gestreckt. Dann nimmt ihr Arm tief. Und hebt unser Bein ab. Bauch schön nach innen zieht. Richtig schön rein zieht den Bauch. Nichts loslassen hier. Der Arm geht hoch. Schön lang. Stellt euch vor. Ich bin mir so festhalten. Und dann lösen wir das Ganze auf. Und wir kommen wieder hoch. Rollen uns hoch. Und andere Seite. Hier auch wieder schön das Bein nach außen. Und wir schwingen vor. Und Seite. Und vor. Und immer größer werden. Und vor. Und vor. Noch zwei. Und dann haltet hier die Dehnung. Arm weit. Bein weit weg. Richtig schön lang zieht. Zieht euch einen Meter länger. Und der Arm geht tief. Und das Bein geht hoch. Und wieder richtig schön in die Länge. Und lösen. Und richtet uns wieder auf. Gut. Wir gehen in die Vierfüßler. Knie lassen wir auf und zum Kissen. Achtet drauf, dass ihr überall einen rechten Winkel habt. Oberschenkel, Oberkörper. Hinterer Oberschenkel, Unterschenkel. Handball ist unter der Schulter positioniert. Finger sind breit gefächert. Ellerburg sind leicht gebeugt. Bauchnabel zieht nach innen. Und dann machen wir erstmal eine runde Rücke. Und lösen. Und mal ganz rund. Bis zum Doppelkinn. Und lösen. Und nochmal rund. Und lösen. Und dann sucht euch eine bequeme, schöne, lange Position. Bauchnabel ist nach innen gezogen. Ihr habt trotzdem ein leichtes Hohlkreuz. Das ist ganz normal. Wichtig ist die Spannung vom Bauch. Schambein Richtung Bauch. Und Bauch nach oben. Schurde weg von den Ohren. Jetzt stellt ihr jetzt unser... Ich mache jetzt mal mit euch. Nehmt mal euer vorderes Bein. Stellt ihr es hinten auf. Und der Diagonalarm geht nach vorne. Drückt richtig schön den Fussballer in den Boden. Und dann lasst das Bein nach oben fliegen. Zieht euch schön lang. Jetzt geht die Hand zum Oberschenkel. Druck und lösen. Und Druck. Und lösen. Und Druck. Und lösen. Und Druck. Und dann halte den Druck. Richtig schön Druck aufbaue. Nackel bleibt schön lang. Blick ist zum Boden. Und dann löst das Ganze wieder auf. Zieht euch schön lang. Und lösen. Schiebt kurz den Po Richtung Fersen. Die Arme ganz weit nach vorne. Und dann kommt man mal in den Vierfüßler. Machen wir die andere Seite gleich. Ich habe hier so ein komisches Kabel. Das wickelt sich gerade um mich herum. Ich hoffe, ich überlebe die Stunde. Dann stelle ich das andere Bein, jetzt das hintere Bein, hinter auf. Rückt richtig schön den Fussballer in den Boden rein. Und diagonal Arm nach vorne. Blick bleibt zum Boden. Standarm ist leicht gebeugt. Und dann nehmen wir das Bein hoch. Dann wieder unter dem Oberkörper Druck auf Oberschenkel. Und lösen. Und Druck. Und lösen. Und dann halt den Druck. Richtig schön Bein drückt gegen den Handballer. Und lösen. Schieben wir den Po weit nach hinten. Arme weit vor. Und dann durchdurchschlaufe Eukisse legen. Den Bauch. Beine liegen ganz bequem am Boden. Was ganz angenehm ist, wenn der Hüftbeuge am Rand vom Kissen liegt. Die Handrücken nehmen wir aufeinander. Die Stirn dürft ihr auf die Handrücken ablegen. Bauch ziehen wir schön nach innen. Richtung Wirbelsäule. Und dann heben die Arme ab. Jetzt drückt die Stirn richtig schön gegen die Hand. Und rücken. Auch hier wieder so einen Gegendruck aufbauen. Und löst das Ganze wieder. Und nochmal hoch. Nacken ist schön lang. Stirn drückt auf die Hände. Und dann breiten wir die Arme seitlich aus. Achtet auch hier die Schultern weit weg von den Ohren. Schultern plattspitzen ziehen nach unten. Arme sind lang. Und dann schieben wir die Ellbogen Richtung Taille. Und lang. Richtung Taille. Und lang. Richtung Taille. Und lang. Jetzt geht der rechte Arm, bzw. der vordere Arm, nach oben, der linke nach unten. und wechseln. Und wechseln. Und wechseln. Und wechseln. Und wechseln. Und letztes Mal wechseln. Und die Arme wieder zur Seite. Und nochmal die Schultern weit wegziehen von den Ohren. Nacken schön lang ziehen. Hand drücken über die Eiklappe aufeinander legen. Stirn auflegen. Letztes Mal Druck aufbauen. Und lösen. Und wieder nach hinten schieben. Ihr dürft euch dann gleich hochdrücken. Puppen und nach hinten schieben. Okay. Gut. Wir gehen nur ganz kurz in Rückenlage. Schnappt euch ein Bein. Legt euch ab. Die Arme lasst einfach seitlich liegen. Dann rollen wir das Becke hoch. Wurbel für Wurbel. Und wieder tief. Und nochmal hoch. Und bleibt hier oben. Nimm die Arme zurück. Hand drücken am Boden. Und versuch da jetzt nochmal abzurollen. Arme bleiben. Und rollt wieder hoch. Arme gehen wieder vor. Und rollt euch ab. Wir schnappern uns ein Bein. Euer Lieblingsbein zuerst. Das andere Bein stellen wir lang weit nach unten. Dann stellen wir das unterbein wieder auf. Überschlage das obere. Die Knie fällt auf die eine Seite. Und der Kopf auf die andere. Und die Schulter diagonal bleibt am Boden. Mit der nächsten Ausatmung ziehen wir die Knie zu uns her. Und wechseln wir die Beine. Andere Bein zur Brust. Und ein Bein lang. Dann stellt das Bein auf. Überschlagt. Und geht nochmal zur Seite. Mit der nächsten Ausatmung. Herzzieher. Dann schnappt euch ein Bein im Schwung und kommt hoch. Und über den vier Füßen. Lasst euch ein bisschen durchbewegen. Bewege. Aber der Nagelkürtel zu. Dann stellt ein Bein vorne auf. Hinterfußballe auf. Stille. Drückt euch ab. Komm nach oben. Nehmt die Arme nach oben. Wir haben auf dem Kissen angefangen. Wir enden auf dem Kissen. Letztes Mal das Gefühl kriegen wir vor das Kissen oder das Pad. Nehmt die Arme nochmal hoch. Macht euch rund. Ich glaube das war's. Okay, danke fürs Mitmachen. Ich wünsche euch noch eine schöne Adventszeit. Und ich hoffe wir sehen uns bald im Präsenzunterricht wieder. Ciao. Ciao.